Die Kunsthochschule Die Kunsthochschule Wirklich, da war Leben. Und zwar künstlerisches Leben. Also, das hieß, dass man sich die Schuhe auf die nackten Füße malte und Umzüge machte und rote Fahnen anklebten und so weiter. Die Kunsthochschule The face of the 20th century was designed, manufactured and staged at the Dessau Bauhaus.